hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft phantasia wir bauen bei unserem rücken projekt die beiden haben das werde ich das ist das alles an einer beiste das, das, das das, das, das 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 die beinheit wird noe und bei mir reinheit Du hattest doch aber nur 15 Minuten. 5, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14. Wir beide haben uns verzehrt. Nein, du hattest unten 9 und oben 6. Schauen wir mal nicht mal in den Mittag. Dann müssen wir durchgehen. Gold. Ja. Kupfer. Ja. Erogo. Ja. Dann haben wir noch 10. Ja, weiteres noch. Von Exumy. Ja. Mitril. Mitril, das ist doch passiert. Ja, genau. Ja, habe ich. Garconium. Habe ich. Aluminium. Das ist von Ex erstmal. Ne, das ist doch nicht da. Ja. Dann habe ich hier Eisen. Ja. Silber. Ja. Nickel. Ja. Nickel. Nein. Auch nicht. Nickel ist fehlt. Nein, ich mach mal. Ja stimmt, da fehlt da jetzt. Schaut das nicht komplett. Das war Nickel. Ja. Ja, das war's doch nicht. Ja. 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 Ja, ja. 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 Boah. Oh Gott, ich hatte ja schon Eichenfilter. Oh Gott, ich hatte ja schon Eichenfilter. Oh Gott, ich hatte ja schon Eichenfilter. Dann habe ich hier und da fehlt noch was. Das ist wieder zu mir, mein Ding sieht sehr aus. Weil ich nähe dir Steine. So, dann kommt hier an der Stelle, gehen wir zu einem Tor. Da machen wir es hochwertig. Oh Gott, ich glaube noch eine 2-3 dazu bauen. Ja, das muss reichen. Ich mache schon mal Expekte, ne? Jo, mach mal. Dann kommt dann von dir das Energie hoch. Hast du Energie noch da? Mhm. Okay. So. Oh Gott, das kann es halt nicht drauf machen. Da war ja was, das kommt ja doch nicht direkt an, aber das kommt ja doch nicht direkt an. Weiß ich nicht. Äh, ist was falsch. Wir kommen ja wieder, ähm... Wir kommen jetzt zur nächsten Woche an. So, müssen wir mal gucken, dass man das dann auch so langweilig braucht. Ja, du musst beides dann bei beiden, das kommen immer Nebenprodukte raus. Ja, ja, mache ich bei dem Vorwurf, also recht. So, dann kommt hier. Oh, das ist doch nicht wahr hier. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, das ist doch nicht wahr. So, dann kommen wir hier. Dann kommen wir hier und dann kommt hier noch Aurora. Das war ja falsch gesetzt. Oh, das ist doch nicht wahr. Ja. 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 Und zusätzlich bei, das ist nicht erreicht. Ja. 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 Warum hast du den Mehl so mitgefallen? Beides ist man nicht weich. Aber die stellen hier nicht extra, wenn die vor uns oder nur extra. Nö, bei dem auch. Ich muss das System ja von alleine anchecken. Genau. Hier davor noch eine Barrelerei mit den Endprodukten. Ach was. Oder gleich in Zelle. Gleich in Zelle. Ja, falls man es nicht hinterherkommt bei uns, das haben wir ja auch mal. Wenn da Spieb drin ist, zwischen Kiss und ME, kommt das immer nicht hinterher. Ja. Gut. Dann ist es an der Stelle getan. So, dann müssen wir jetzt hier noch gucken, dass wir hier noch mit sogar bekommen. Würde ich sagen... ... 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